die die nicht da irgendwie ran? nirgends wohin? da gibt es noch ein paar da gibt es noch ein paar wenn ich den da wieder rein hm also bin ich von hierher gekommen? da gibt es noch ein anderes Equipment für, ok? ok 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 Kann ich auch nicht. Das ist der letzte Fall beim Springen. Ich komme aber nicht so weit. Muss ich das irgendwie anders abfackeln? Das da, ne? Ja. Hm. Von hier aus kann ich mich da doch nicht hingeworfen. Kann ich da irgendwie an das Ding springen? Nö, ich hab ja mal durchgesprungen. Na hier unten ist langweilig. Da bin ich wieder hier. Komm mir nirgends mal hin. Nö. Da fehlt mir was. Ja, und ich kann halt nur von hier aus werfen. Oh, da gibt's irgendwo anders nochmal Lampen. Die leuchten ja. Oh, ich muss dieses Mittelteil nochmal. Lampen haben wir ja genug. Komm, hier. Hopp. Das war's. Ach, und jetzt kann ich im Inneren durchgehen. Okay. Na. Ich würde mal sagen, daneben gejumpt. Also nochmal eine extra Runde. Eine Ehrenrunde. Auf geht's. Und dann. Na. Oh One smart cookie Cookies animation now it's little Just work out but no place to do it so now i am going to freak out place kommen dann wieder zum ausgang und da oben war halt noch einander aber da fahr mich ja nicht gibt gas lara wie ist wir essen zeitig jetzt bin ich wieder hier und will eigentlich zum lager und das ist nach links da liegt noch was unter der brücke durch kopfbewegungen drücken japanische no schauspieler trotz der starren maske verschiedene emotionen aus lustig von hinten aus würde hier so guckt dann denkt man die nase wäre nach außen gewölbt da wo ist das lager die richtung spring doch dann mal rauf also wirklich lara mädchen stell dich doch nicht so dämlich an ich glaube da geht es in richtung lager da steht noch die kiste und die wollen wir auch machen wieviel teile gab es reicht es zum bogen upgrade also gab's irgendwie noch ein fähigkeitspunkt oder sowas im wir haben noch hier schnell links ein und dann geht es auf den hügel mit dem verbesserten wieder verbesserten abstand dann geht es weiter jetzt könnte ich dich den ganzen Wald noch mal um diese eine Materialkiste einzusammeln aber das mache ich nicht ich wollte hier haben wir mal hoch alles klar soll es losgehen kann losgehen Doktor dann leg los ja wie überpippt warte mal da ist noch einer ich habe echt erledigt und das war ja ein glück dann mache ich auch den anderen fertig oder oder hol mir zumindest das Fell von dem dann hat die Flucht ergriffen so dann lass uns mal durchs Tor wenn dann können doch nicht schamanisch in einem sogar schamanistisch vielleicht auch schamanistisch jetzt nicht ich muss doch mal ein bisschen umgucken hier schnell schnell überall die verzierung die größte traumatische erfahrung habe ich mit dir und durch dich unglaublich es ist die miko sehen sie die kerzen sie wird noch immer verehrt diese insel war anscheinend wirklich ein teil jammert heißt du hattest recht das alte königreich das ist ja wie atlantis aber das hier ist real dr whitman wir stehen nicht auf einem mythos nein nein wir stehen auf einer goldmine kommt schnell eure freunde sind verletzt ja wahrscheinlich durch sie zurück sie haben die waffe ich will keinen ärger machen wir kommen mit nein aber ich verlange dass sie uns zu demjenigen bringt der euch anfühlt was tun sie da nein ich leere das nein nein bitte ich werde ich werde ich werde sie Bitte! Ich habe gesagt, du bist du gut für mich. Du bist wie meine Freundin. Schau! Nein! Schau! 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 Sind sie mich jetzt allein gelassen? Das wird ihnen noch leid tun. Gehen sie in der Hüft und in Deckung. Stimmt, ich kann nichts ausrichten. Ich soll fliehen. Okay. Der guckt da unten. Oh, da kommt der wieder hoch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind hier lang. Wie sieht's aus? Ekel, 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 Ekel! Ekel, da! Oh, nicht nur! Oh, Gott! Ekel, 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 Ekel! Das ist nur einer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020